Yo, yo, und willkommen hier zur ersten Folge Felix macht alles. Und ihr fragt euch, was ist Felix macht alles? Ich hab ein Hashtag auf Twitter gepostet mit dem Namen Felix macht alles. Und da konntet ihr mir Sachen schreiben, die ich machen soll. Und ich mache wirklich alles. Ja, alles. Ich hab mich da ein bisschen inspirieren lassen von dem netten PewDiePie, der ja auch damals dieses Pewds does everything gemacht. Und ich fand das so lustig, aber der macht das, glaub ich, gar nicht mehr. Da hab ich mir gedacht, ich mach das einfach selber. Und weil es in Deutschland noch nie mehr gemacht hat, machen wir das einfach mal. Und dann fangen wir auch schon mit der ersten Aufgabe an. Gib dir selber eine Backpfeife. Bitte zeig mal deine Abendroutine. Kandel hat geschrieben, abonniere den Kanal Petrel EP. Bist du noch bei Sinn? Rap mal bitte danke. Was ist das? Ein Löffel Zimt essen. Warum mache ich diese Scheiße überhaupt? Warum mache ich das? Warum? Ja, das ist so ekelhaft. Lecke den rechten Gegenstand ab. Mach einen Purzelbaum. Zieh deine Hose wie ein Shirt an, mach 10 Liegestütze und sag, ich bin Felix, ich mach alles. Ich bin Felix. Und ich mach alles. Aber nicht das. Aber nicht das. Nicht das. Nimm das Video in der Badewanne oder Dusche auf. Wenn es euch gefallen hat. Und wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann guckt man an meinem Twitter vorbei. Da könnt ihr mir auch eigene Aufgaben stellen. Und ja, ich würde sagen, das war's. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020